Maria Clara Groppler. Ich muss sagen, ich finde meinen Nachnamen Groppler, aber irgendwie nicht so schön. Ja, wirklich niemand denkt bei Gropplern was Schönes. Ja, selbst meine iPhone-Auto-Korrektur macht aus Groppler-Grippaler-Effekt. Ja, meine Mutter, die hat es noch schlimmer. Die heißt Grit-Groppler. Ja, wirklich. Und ich habe mal meine Oma gefragt, ob sie auch noch Alternativen hatte. Und sie meinte dann, dass meine Mutter aus einer Affäre entstanden wäre und ihr Vater war für Hoppla-Groppler. Ich habe den Namen Groppler dann tatsächlich auch mal gegoogelt und ich habe dann herausgefunden, dass es den Namen tatsächlich auch als Vornamen gibt. Und seitdem möchte ich unbedingt ein Kind haben. Ja, die kleine Groppler-Groppler. Ich habe auch immer noch so ein bisschen die Traumvorstellung, dass ich irgendwann mal jemand heirate, der Reiter mit Nachnamen heißt. Und dann heißt meine Tochter einfach Groppler-Groppler-Reiter.